In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man im Rahmen gebrochen rationaler Funktionen eine schiefe Asymptote oder eine Näherungskurve bestimmen kann. Natürlich wäre es in erster Reihe wichtig zu wissen, wie schiefe Asymptoten bzw. Näherungskurven oder Näherungsfunktionen aussehen. Wir schauen uns als erstes dieses Schaubild an. In diesem Schaubild ist die blaue Kurve die Funktion, die gebrochene nationale Funktion und wir merken, dass sich diese blaue Kurve an dieser rote Gerade nach rechts und nach links annähert. Deshalb ist die rote Gerade eine schiefe Asymptote und die hat beispielsweise die Gleichung, in diesem Fall y gleich x plus 1. Als Schlussfolgerung können wir sagen, schiefe Asymptoten sind eigentlich immer Geraden und ich glaube, dass es auch anhand des Aufbaus hier ganz gut erkennbar. Also zur Erinnerung, eine Geradengleichung hat immer die Form m mal x plus c oder plus b beispielsweise und daran erkennt man, dass man eine schiefe Asymptote hat. Alternativ kann das Ganze auch so aussehen. Auch hier ist die blaue Kurve unsere gebrochene nationale Funktion. Allerdings, wie ihr, glaube ich, ganz gut erkennt, nähert sich diese blaue Kurve jetzt nicht an einer Geraden, sondern an einer Parabel. Deshalb ist die Parabel jetzt die sogenannte Näherungskurve und das wäre ihre Gleichung x Quadrat plus 1. Also sind Näherungskurven in diesem Zusammenhang eigentlich ganz rationale Funktionen, zum Beispiel so wie hier zweiten Grades, aber natürlich kann auch eine xO3 oder eine xO4 Funktion vorkommen. Und die sind meistens durch Polynom-Division bestimmbar. Allerdings gibt es auch Aufgaben, wo das nicht unbedingt notwendig ist und das werden wir gleich anhand von Beispielaufgaben sehen. Und hier ist unser erste Beispielaufgabe und natürlich möchten wir hier an dieser Stelle die schiefe Asymptote bestimmen. Dafür benutzen wir natürlich diese Polynom-Division und zwar man teilt bei der Gelegenheit immer Zähler durch Nenner. Wir haben dann 2x Quadrat plus x geteilt durch 2x minus 1. Also zur Erinnerung. Das ging wie folgt. So, jetzt teilen wir diese 2x Quadrat durch diese 2x und das Ergebnis schreiben wir hier hinter den Gleichzeichen. 2x Quadrat durch 2x sind natürlich x. Dann wird dieser Zwischenergebnis rückwärts mit alle Terme hier im Nenner multipliziert und mit umgedrehter Vorzeichen hier drunter geschrieben. Das heißt, x mal 2x sind 2x Quadrat. Schreiben tun wir aber minus 2x Quadrat. Und x mal minus 1 sind minus x. Schreiben tun wir aber plus x. Also immer schön das Vorzeichen umdrehen. Übrigens alternativ kann man auch eine Minusklammer benutzen. Ich finde das persönlich umständlicher. Dann wird das Ganze zusammengezählt. Minus 2x plus 2x Quadrat sind natürlich weg. Und 1x plus 1x ergibt 2x. So, und was wir von oben noch, damit wir hier eine vollständige Zeile haben können. Wir können auch noch diese unsichtbare Null hier hinten nehmen. So, und das Ganze geht jetzt von vorne los. Wir teilen jetzt diese 2x durch diese 2x. 2x geteilt durch 2x ist natürlich 1. Dann wieder rückwärts multiplizieren. 1 mal 2x sind 2x. Mit umgedrehtem Vorzeichen sind es minus 2x. Und 1 mal minus 1 sind minus 1. Mit umgedrehtem Vorzeichen sind es plus 1. Dann zählen wir das Ganze nochmal zusammen. Und übrig bleibt natürlich eine 1 hier. Das werden wir gleich benutzen, um diesen Restglied hinzuschreiben. Also, zerlegt sieht dann die Funktion für uns wie folgt aus. Wir können sagen, f von x ist gleich. Als erstes schreibt man das Ergebnis der Polynomendivision, dieser x plus 1. Und dann kommt noch der Rest. Das heißt, wir nehmen erstmal diese 1, die hier steht und teilen sie durch den Nenner. Der Nenner war in diesem Fall 2x minus 1. So, damit haben wir jetzt die Funktion zerlegt und können problemlos dieser schiefe Asymptote erkennen. Das ist genau die hier. Also, y ist gleich x plus 1 wäre dann unser schiefe Asymptote. Übrigens, nur mal am Rande. Das war ja genau die erste Funktion, die ich vorher gezeigt habe. Und damit haben wir es eigentlich auch rechnerisch bewiesen. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. An dieser Stelle lautet die Aufgabenstellung, bestimme die Gleichung der Näherungskurve bzw. Näherungsfunktion. Von vornherein könnte man schon problemlos erkennen, dass es sich hier um eine Näherungskurve handelt, indem man einfach den Grad des Zählers und des Nenners vergleicht. Zum Beispiel im Zähler haben wir als höchste Potenz diese x hoch 3 und im Nenner eine x hoch 1. Wenn wir x hoch 3 durch x hoch 1 teilen, kriegen wir natürlich x hoch 2 raus. Also, es kann sich nicht mehr um eine Gerade handeln, sondern es ist eine ganz nationale Funktion zweiten Grades. Gut, und die wollen wir jetzt natürlich auf die gleiche Weise wie vorher bestimmen. Also, wir teilen Zähler durch Nenner. Wir haben dann x hoch 3 plus x plus 1 geteilt durch x. Wir haben dann vorher gesagt, man nimmt immer zuerst die ersten Terme. Also, x hoch 3 durch x sind natürlich x hoch 2 und das wird dann rückwärts multipliziert und mit umgedrehter Vorzeichen dahingeschrieben. x hoch 2 mal x sind x hoch 3. Hingeschrieben wird aber minus x hoch 3 und beim Zusammenzählen fällt natürlich dieser Term weg. Als nächstes holen wir dieser x nach unten und machen das gleiche Spiel. x geteilt durch x sind natürlich 1. 1 mal x sind x. Schreiben tun wir aber minus x. Beim Zusammenzählen fällt das wieder weg. Das einzige, was noch übrig ist, ist die 1 hier. Also können wir die Funktion auch zerlegt hinschreiben und sagen, f von x ist gleich, zuerst wieder das Ergebnis unserer Polynom-Division, x² plus 1 und dann plus unser Rest und das ist in diesem Fall 1 durch Nenner, also 1 durch x. Und natürlich ist es auch hier, dieser erste Teil hier, bis auf den Rest unserer Näherungskurve. Also natürlich unser zweiter Schaubild. Allerdings will ich an dieser Stelle auch ehrlich zu euch sein. Es wäre hier bei dieser Beispielaufgabe gar nicht notwendig gewesen, überhaupt Polynom-Division durchzuführen. Vielleicht ist der eine oder andere von euch schon aufgefallen. Und zwar wieso nicht? Schauen wir uns nochmal unser Funktionstherm an. Unser Funktionstherm hat eine Besonderheit und zwar der Nenner ist ein sehr einfacher Nenner. Es ist kein zusammengesetzter Nenner mit Plus oder Minus oder wie auch immer, sondern da steht ja nur ein Term da und zwar dieses x. Das bedeutet, wir können dieser große Bruch, was wir hier haben, in drei einzelne Brüche zerlegen, also sinnvoll zerlegen. Das heißt, wir können einmal schreiben x hoch 3 geteilt durch x, dann plus x geteilt durch x und am Ende noch plus 1 geteilt durch x. Und wenn ihr diese Brüche jetzt genauer anschaut, dann kürzt sich einiges am Anfang weg. Das heißt, hier beim ersten Bruch des x unten geht komplett weg und oben bleibt nur eine x hoch 2 übrig. Bei zweiten können sich beide x weg und dann bleibt nur eine 1 übrig und 1 durch x bleibt so, wie es ist. Also letztendlich können wir dann die Funktion vereinfacht auch so schreiben, x hoch 2 plus 1 und plus 1 durch x. Ja, und das ist jetzt genau die Zerlegung, die wir hier oben mit Hilfe des Polynomendivisions erzielt haben. Also können wir auch hier problemlos unsere Nährungskurve erkennen, ohne jetzt Polynomendivision durchzuführen. Und weil euch wahrscheinlich mittlerweile klar ist, dass ihr in Zweifel immer Polynomendivisionen nehmen solltet. Schauen wir uns jetzt noch ein, zwei Beispielaufgaben, wo das nicht der Fall ist. Wie zum Beispiel hier. Wir wenden die gleiche Taktik wie vorher an. Also wir zerlegen erstmal diesen großen Bruch in zwei kleine Brüche. Also wir haben dann 4 x auf 4 durch x Quadrat minus 4 durch x Quadrat und kürzen dort, wo es geht. Also auf jeden Fall bei dem ersten Bruch. x hoch 2 kürze ich komplett weg und oben bleibt statt x auf 4 einfach nun 4 x hoch 2. Also zerlegt würde das Ganze dann so aussehen. 4 x Quadrat minus 4 durch x Quadrat. Und natürlich ist dieser 4 x Quadrat hier vorne, dieser Parabel, unsere Nährungskurve. Sieht dann so aus. Und bei der zweiten Beispielaufgabe könnte man sogar auf Anhieb wieder erkennen, dass es sich um eine schiefe Asymptote und nicht um eine Nährungskurve handelt. Dafür betrachtet man wieder nur die höchste Potenz in Zähler und in Nenner. Und x auf 2 durch x hoch 1 ist natürlich x. Also es wird in eine geraden Gleichung rauskommen. Und die kriegen wir wieder durch zerlegen raus. Also wir haben dann 4 x Quadrat durch x plus 2 x durch x und am Ende noch plus 1 durch x. Dann kürzen wir. x unten ist weg und oben bleibt nur noch 4 x hoch 1, also 4 x. Hier sind auch die x weg, bleibt nur noch die 2. Somit haben wir dann 4 x plus 2 und am Ende noch der sogenannte Rest plus 1 durch x. Und natürlich sind diese 4 x plus 2, das ist dann für uns die schiefe Asymptote. Zum Schluss noch ein paar wichtige Hinweise. Natürlich sind neben schiefe Asymptoten noch andere Eigenschaften der gebrochen nationalen Funktionen von großer Bedeutung, wie zum Beispiel Definitionslücken, Polstellen bzw. senkrechte Asymptoten. Dann die waagerechte Asymptoten oder das Verhalten gegen plus und minus und endlich. Und wenn man alle diese Eigenschaften benutzt, muss man natürlich in der Lage sein, auch eine gebrochen nationale Funktion zu skizzieren. Außerdem in diesem Zusammenhang natürlich noch Ableitung und Stammfunktionsbildung für gebrochen nationale Funktionen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Vielen Dank. Vielen Dank.